Mit dem Besten aus dem Katalog, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter hier bei uns bei Pöll TV. Und Sie sehen schon, wir haben unsere Paradedüfte für Sie aufgebaut. Das heißt, Kathi und ich, wir dürfen Ihnen jetzt die beliebtesten Düfte überhaupt hier bei Pöll TV anbieten. Und das am heutigen Tage auch noch zu einem absoluten spitzen Sonderpreis. Zweimal für die Herren und einmal für die Dame. Da ist sicherlich auch für Ihren persönlichen Geschmack genau das Richtige dabei. Und beginnen werden wir mit Tom Cobanis Black. Kathi, ich glaube, ein Duft, der dich auch als Frau ohne weiteres begeistern kann, oder? Auf jeden Fall. Ein wunderschöner Herrenduft, sehr markant. Und wir haben ihn wirklich, du hast es schon angesprochen, zu einem unglaublichen Preis heute für Sie vorbereitet. 6,90 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir erlauben 10 Flakons pro Besteller. Also bis zu 10 Flakons dürfen Sie sich bestellen. Leider nicht mehr, aber das reicht ja dann erstmal auch. Gerade bei dem Preis kann man sich dann toll eindecken. Das ist genau der Punkt. Und gerade der Preis in Verbindung mit diesem Außergewöhnlichen, mit diesem extravaganten Duft, das ist es, was unsere Kunden in den letzten Monaten so fasziniert hat. Mich übrigens auch. Tom Cobanis Black und Tom Cobanis Sport habe ich mir gleich aus den ersten Präsentationen mitgenommen. Meine Frau ist Feuer und Flamme. Gerade wenn wir etwas Besonderes unternehmen, wenn wir abends mal ausgehen, was essen gehen zum Beispiel, trage ich gerne Tom Cobani auf, um natürlich auch ein Stück weit meine Frau zu beeindrucken. Ich merke es aber ehrlich gesagt immer wieder, dass ich auch von den Herren rechts und links angesprochen werde, wo es dann immer heißt, hör mal, verstehe mich nicht falsch, aber was ist das für ein toller Duft, den du da hast? Das ist ein ganz toller, ein herber, männlicher Duft hier. Wir haben eine frische Kopfnote. Die Herznote ist dann ein bisschen würziger. Und die Basisnote ist das, was hier wirklich die Rolle spielt. Leder, Hölzer und vor allem Moschus. Und gerade Moschus ist halt dieses Anziehende dann auch. Also da genügt auch schon ein kleiner Spritzer und man riecht sofort dieses tolle, herbe, männliche. Also ein wunderschöner Duft, den auch Sie zu Hause lieben werden und der ganz sicher dann Ihr Lieblingsduft werden wird. Daher greifen Sie zu, zum Sonderpreis heute hier 6,90 Euro. Davon kann man gar nicht genug bekommen. Mhh. Wird echt ein ganz, ganz toller Duft, speziell auch für die Abendstunden. Und es lässt sich natürlich auch hervorragend mit Tom Kobanis Sport kombinieren, ohne dass man glaubt, da zwei unterschiedliche Düfte miteinander zu vermischen. Beides baut hervorragend aufeinander auf. Und auch Tom Kobanis Sport bekommt man heute für gerade mal 6,90 Euro. Ein Duft, für den ich normalerweise in den Parfümerien in dieser Extravaganz locker 60, 70 Euro auf den Tisch legen muss. Umso erstaunlicher ist der Preis auch für diesen eher etwas frischeren Duft, den alltagstauglicheren Duft. Tom Kobanis Sport. Wie gefällt der dir? Ich mag den total gerne, weil der riecht, wenn man das so einatmet, wie frisch geduscht, finde ich immer. Also sehr, sehr frisch kommt der daher, sportlich, aber nicht so aufdringlich. Also ein schöner Duft. Wir haben hier eine Kopfnote, also das, was man zuerst wahrnimmt, mit Zitrone und Ingwer. Dann die Herznote sehr schön, ein bisschen mit Lavendel, Zypresse und Geranie. Und die Basisnote ist hier Bernstein, auf der alles beruht. Also wirklich ein wunderschöner Duft, den man den ganzen Tag tragen kann, den man auch, dass ein Eau de Toilette ist, gut im Auto haben kann. Immer mal wieder auffrischen, sehr unaufdringlich, trotzdem toll frisch. Also es ist immer dieses wie frisch geduscht, finde ich. Ganz schön. Ich liebe ja auch ehrlich gesagt die Flacons. Also Tom Kobani macht das relativ schnörkellos, relativ gerade, alleine vom Design her. Und sowas sieht natürlich auch im Badezimmer dekoriert mal richtig klasse aus. Auch da möchte man als Mann ganz gerne etwas bieten. Und wenn man dann so einen extravaganten Duft noch aufträgt, speziell für den Alltag, auch mal fürs Büro oder auch mal für Freizeitaktivitäten, ist man damit sicherlich auf der sicheren Seite. 6,90 Euro für Tom Kobanis Black oder Tom Kobanis Sport. Jetzt wollen wir uns aber auch mal um die Damen kümmern. Und auch da haben wir den beliebtesten Damenduft überhaupt bei Pölz.TV auch heute wieder für Sie im Programm. Traumhaft schön. Unser wunderbares Sarah Lynn Gold. Das ist wirklich Eleganz und Luxuriosität für die Dame. Wir haben hier blumige Nuancen mit der wirklichen Frische, aber auch dabei für den großen Auftritt. Und etwas ganz, ganz Besonderes. Also das wird jede Dame lieben. Und hier sind zwei Flakons A50 Milliliter Eau de Parfum für Sie bereitgestellt. Auch zum super Preis. Also Sie bekommen zwei Flakons. Das ist hier ganz schön gemacht. Der eine kann ins Badezimmer, der andere in die Handtasche. Also ideal für unterwegs. Auch hier zum Top-Sonderpreis. Und auch hier können Sie bis zu zehn Flakons dann bestellen. Also bitte greifen Sie zu. Ein absoluter Sonderpreis. Wir freuen uns, dass Ihnen unsere Düfte so gut gefallen. Die sind auch wirklich sehr, sehr schön. Mh, toller Duft. Also das Gold gefällt mir richtig.